Deutsch lernen mit Dialogen. Eine Reise beschreiben. Hey Marta, ich habe dich lange nicht gesehen. Hallo Silvia! Ja, ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub. Hey Marta, ich habe dich lange nicht gesehen. Hallo Silvia! Ja, ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub. Der Nächste, bitte. Silvia, was nimmst du? Ich lade dich ein. Der Nächste, bitte. Silvia, was nimmst du? Ich lade dich ein. Oh, danke, Liebes. Ich nehme einen Soja-Cappuccino ohne Schaum. Und ein veganes Honig-Croissant. Oh, danke, Liebes. Ich nehme einen Soja-Cappuccino ohne Schaum. Und ein veganes Honig-Croissant. Für mich bitte einen Latte-Macchiato. Mit einem Schaum-Croissant. Und ein Glas Wasser. Für mich bitte einen Latte-Macchiato. Mit einem Schaum-Croissant. Mit einem Schaum-Croissant. Und ein Glas Wasser. Vierzehn Euro fünfundzwanzig, bitte. Bitte sehr, der Rest ist für Sie. 14,25 Euro, bitte. Bitte sehr, der Rest ist für Sie. Also, erzähl mir. Wo warst du in den Ferien? Ich war in Paris. Es war eine schöne Erfahrung. Diese Stadt wollte ich schon immer besuchen. Also, erzähl mir. Wo warst du in den Ferien? Ich war in Paris. Es war eine schöne Erfahrung. Diese Stadt wollte ich schon immer besuchen. Was waren die Höhepunkte der Reise? Der Eiffelturm war natürlich ein Höhepunkt. Was waren die Höhepunkte der Reise? Der Eiffelturm war natürlich ein Höhepunkt. Am Ende waren wir in einer Kabarett-Show im Moulin Rouge. Wir haben auch den Louvre besucht und die Mona Lisa gesehen. Am Ende waren wir in einer Kabarett-Show im Moulin Rouge. Um ehrlich zu sein, habe ich den Spaziergang durch die Stadt am schönsten gefunden. Um ehrlich zu sein, habe ich den Spaziergang durch die Stadt am schönsten gefunden. Die Straßen von Paris haben etwas Magisches. Wow! Das Essen war auch fantastisch. Wow! Das ist ein Traum! Die Straßen von Paris haben etwas Magisches. Und das Essen war auch fantastisch. Ich habe so viele Croissants und Crêpes gegessen. Wow! Das ist ein Traum! Das ist ein Traum! Hattest du Probleme, mit den Einheimischen zu sprechen? Nicht allzu viele! Die meisten Menschen in Paris sprechen Englisch. Hattest du Probleme, mit den Einheimischen zu sprechen? Nicht allzu viele! Die meisten Menschen in Paris sprechen Englisch. Und trotzdem waren alle geduldig, wenn wir versucht haben, ein bisschen Französisch zu sprechen. Es war eine Chance, mit einem Muttersprachler zu üben, auch wenn die Bestellung im Restaurant manchmal schwierig war. Es war eine Chance, mit einem Muttersprachler zu üben, auch wenn die Bestellung im Restaurant manchmal schwierig war. Gab es während der Reise irgendwelche Zwischenfälle? Eigentlich wollten wir die Kathedrale Notre Dame besuchen. Aber leider war sie wegen eines Brandes geschlossen. Gab es während der Reise irgendwelche Zwischenfälle? Eigentlich wollten wir die Kathedrale Notre Dame besuchen. Aber leider war sie wegen eines Brandes geschlossen. Das war ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben sie trotzdem aus der Distanz bewundert. Wie schade! Habt ihr am Ende alles geschafft? Was ihr machen wolltet? Ja, wir haben die meisten Dinge auf unserer To-Do-Liste abgehakt. Wir haben eine Bootsfahrt auf der Seine gemacht, das Schloss von Versailles besucht und wir sind durch Montmartre spaziert. Was für ein wunderbarer Urlaub! Ich freue mich, dass ihr Spaß hattet. Ja, ich freue mich darauf, eines Tages nach Paris zurückzukehren. Einen Termin für einen Kinobesuch vereinbaren. Einen Termin für einen Kinobesuch vereinbaren. Einen Termin für den neuen Actionfilm gesehen, der nächste Woche in die Kinos kommt? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Von welchem Film sprichst du? Julia, hast du den Trailer für den neuen Actionfilm gesehen, der nächste Woche in die Kinos kommt? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Von welchem Film sprichst du? Der Film heißt Rogue Justice. Der Trailer sieht toll aus. Und ich habe gedacht, dass wir uns den Film zusammen ansehen könnten. Sicher. Das klingt gut. Wann möchtest du gehen? Lass mich nachsehen. Das Kino in meiner Nachbarschaft zeigt den Film um 19 Uhr. Das ist okay für mich. Wie wäre es mit nächsten Freitagabend? Das Kino in meiner Nachbarschaft zeigt den Film um 19 Uhr. Das ist okay für mich. Wollen wir vor oder nach dem Film essen gehen? Ich habe gedacht, dass wir einen schnellen Snack vor dem Film essen könnten. In der Nähe gibt es einen Burgerladen, der wirklich gut ist. Perfekt, dann gehen wir dorthin. Soll ich die Kinokarten im Voraus kaufen? Ja, wir können sie online kaufen. Und so die besten Plätze auswählen, ohne an der Kasse anzustehen. Wow! Du bist wirklich schlau! Soll ich die Kinokarten im Voraus kaufen? Und so die besten Plätze auswählen, ohne an der Kasse anzustehen. Wow! Du bist wirklich schlau! Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob es noch freie Plätze gibt. Das Kino neben meinem Haus ist klein. Wenn die Vorstellung ausgebucht ist, können wir ins Zentrum gehen. Kennst du das Theaterkino das Bild? Es hat einen riesigen Bildschirm und ein tolles Soundsystem. Kennst du das Theaterkino das Bild? Es hat einen riesigen Bildschirm und ein tolles Soundsystem. Ja, ich kenne den Ort. Wir können dorthin gehen, wenn du möchtest. Das wird ein lustiges Kinodate. Ja, ich freue mich sehr darauf. Danke, dass du mich eingeladen hast. Das wird ein lustiges Kinodate. Ja, ich freue mich sehr darauf. Danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich mit einer Freundin ins Kino gegangen bin. Bei mir auch. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich mit einer Freundin ins Kino gegangen bin. Bei mir auch. Ratschläge zu einem häufigen Problem. Stress. Hey Claudio, geht es dir gut? Du siehst heute nicht so gut aus. Hallo, Luise. Ja, in letzter Zeit fühle ich mich sehr gestresst. Ich habe so viel Arbeit. Ich habe so viel Arbeit, dass ich gar nicht alles schaffen kann. Es tut mir leid, das zu hören. Komm, setz dich zu mir. Stress kann wirklich schwer zu bewältigen sein. Hast du schon einmal Techniken zum Stressabbau ausprobiert? Nein, noch nie. Stress kann wirklich schwer zu bewältigen sein. Hast du schon einmal Techniken zum Stressabbau ausprobiert? Nein, noch nie. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Komm schon. Es gibt verschiedene Dinge, die du versuchen kannst. Die billigste und am häufigsten genutzte Methode ist Bewegung. Das kann eine gute Möglichkeit sein, Stress abzubauen und den Kopf freizubekommen. Komm schon. Es gibt verschiedene Dinge, die du versuchen kannst. Die billigste und am häufigsten genutzte Methode ist Bewegung. Das kann eine gute Möglichkeit sein, Stress abzubauen und den Kopf freizubekommen. Es ist nicht notwendig, intensiv Sport zu treiben. Ein kurzer Spaziergang oder eine Yogastunde kann helfen. Das ist eine gute Idee. Ich wollte schon seit einiger Zeit wieder mit dem Sport anfangen. Eine andere Sache, die du versuchen könntest, ist die Meditation Mindfulness. Sie kann dir helfen, im Moment präsenter zu sein und Unruhe zu reduzieren. Eine andere Sache, die du versuchen könntest, ist die Meditation Mindfulness. Sie kann dir helfen, im Moment präsenter zu sein und Unruhe zu reduzieren. Es gibt viele geführte Meditationen im Internet, die du ausprobieren kannst. Ich habe schon von Mindfulness gehört. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Ich werde mir das anschauen. Es gibt viele geführte Meditationen im Internet, die du ausprobieren kannst. Schließlich ist es wichtig, dass du dich auch um dich selbst kümmerst. Schließlich ist es wichtig, dass du dich auch um dich selbst kümmerst. Achte auf genug Schlaf, gesunde Ernährung und mach Pausen, wenn du sie brauchst. Es ist wichtig, dass du auf deinen Körper hörst. Und eine Pause zu machen, wenn sie nötig ist. Liebe Luise, danke für deine Ratschläge. Ich schätze sie sehr. Ich werde einige dieser Methoden ausprobieren und ich werde dir sagen, ob sie funktioniert haben. Super! Ich bin sehr froh, das zu hören. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Liebe Luise, danke für deine Ratschläge. Ich schätze sie sehr. Ich werde einige dieser Methoden ausprobieren und ich werde dir sagen, ob sie funktioniert haben. Super! Ich bin sehr froh, das zu hören. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Ich bin sehr froh, das zu hören. Ich bin sehr froh, das zu hören. Untertitelung des ZDF, 2020